Kleidung ist nicht einfach Kleidung, zumindest nicht, wenn sie vom Odin-Versand oder von Thor-Steiner kommt. Die Marken sind unter Neonazis sehr beliebt. Die Radikalen stehen auf die Hemden und Jacken voller rechtsradikaler Symbole. Die Hacker von Anonymous haben jetzt Websites vom rechtsextremen Versandshops gehackt und auf der Internetseite nazi-leaks.net alle Daten von Kunden veröffentlicht. Und siehe da, befinden sich unter den Kunden doch tatsächlich vier österreichische Polizisten und ein FPÖ-Politiker. Sind es wirklich ganz normale Jacken und T-Shirts, wie Nationalratsabgeordneter Matthias Venier meint? Seinen Namen hat Anonymous in der Kundendatei von Thor-Steiner gefunden. Er verteidigt sich jedenfalls damit, dass das Geschäft nicht verboten sei. Der Kauf seiner Produkte auch nicht, also braucht sich niemand, der dort kauft, vor irgendwem zu rechtfertigen. Dass die Kleidung von der Webfirma Thor-Steiner aber gerade bei Veranstaltungen mit rechten Publikum vermehrt zu entdecken ist, fällt dann doch auf. Für Historiker ist klar, die hübschen Kapuzenpullis sind überseht mit Nazi-Symbolik. Schon der Name Steiner leitet sich vom ehemaligen SS-General Felix Steiner ab. Dann wäre da die Wolfsangel, schön versteckt im Logo. Sie wurde von Adjutanten der Hitlerjugend als Armbinde getragen. Da passt doch das Motiv eines Wolfes gut auf ein Kinder-T-Shirt. Die nordische Symbolik ist in der rechtsextremen Szene überhaupt sehr beliebt. Auch die Runenschrift. Wir rufen alle deine Wölfe steht hier etwa als Aufforderung zur Kräftebündelung. Auch vier Polizisten scheinen als Kunden bei Thor-Steiner auf. Sie haben mit ihrer Dienst-E-Mail polizei.gv.at bestellt. Das ist nicht rechtswidrig, sagt deren Chef, aber... Wir haben sehr intensiv mit diesen Kollegen gesprochen und ihnen das veranschaulicht und auch die erforderlichen dienstrechtlichen Maßnahmen gesetzt. Das wären? Sie können versichert sein, dass es sehr nachhaltige Belehrungen gab. Mehr möchte ich nicht sagen, da die Namen dieser Kollegen bekannt sind. In Deutschland darf man mit Gewand von Thor-Steiner einige Gebäude wie dem Bundestag, Universitäten oder manche Fußballstadien nicht betreten. In Österreich hat Thor-Steiner sogar ein Geschäft mit Ware zum Angreifen in Braunau in Oberösterreich.